Liebe Studierende von SE2, dies ist tatsächlich, man soll es kaum für möglich halten, das letzte Video zu dem fachlichen Inhalt der Veranstaltung und es trägt den schönen Titel Statische Tests. Damit schließt es auch den Testblock ab. Der bestand ja aus einer Einführung, die sind zwei Vorlesungen zu White Box und Black Box Testentwurfsverfahren, weil das die dynamischen Verfahren. Und jetzt kümmern wir uns eben um die statischen Verfahren. Was machen wir heute? Es gibt eine Erklärung zu statischen Tests, was das ist, und dann kümmern wir uns um einen bestimmten, nämlich das Code Review. Und im Review geht es um ein Durchgucken von Quelltext auf Dinge, die Ihnen auffallen. Und das können Sie üben. Das heißt, es gibt dazu einen Arbeitsbogen, da ist schlichtweg Quelltext drauf, und Sie können da mal rüber gehen und gucken, was Sie finden. Würde ich Ihnen auch tatsächlich raten, das zu machen. Sie können das auch gerne mal tatsächlich praktisch anwenden, wenn Sie zum Beispiel mit jemand zusammen etwas programmieren, oder Sie arbeiten in einem gemeinsamen Projekt. Gegenseitig den Code zu lesen, ist eine vernünftige Idee. Dann werden wir uns im zweiten Teil, das ist so ein bisschen der erste Teil dieser Einführung Statische Tests und Code Review, und im zweiten Teil werden wir uns mit dem Testprozess, dem allgemeinen Testprozess befassen, und am Ende gibt es eine Zusammenfassung. Das war's dann. Lernziele heute sind, dass Sie mir sagen können, was ein statischer Test ist und was es zum Ziel hat. Sie sollen die Begriffe Verifizierung und Validierung unterscheiden können und auch erklären können. Sie sollen den Review-Prozess, seine Rollen und die verschiedenen Arten von Reviews kennen. Und Sie sollen Code Reviews durchführen können. Die sollen den Testprozess kennen, die Aktivitäten erklären können und deren Zusammenhänge. Kleiner Hinweis, wie bei den anderen beiden vorhergehenden SUs, die Folien sind diesmal sogar etwas stärker diesem Certified Tester Foundation Level Kurs vom ISTQB entliehen. Beginnen wir mit dem Abschnitt über statische Testansätze. Machen wir doch zuerst mal einen Selbsttest. Lesen Sie diesen folgenden Satz und sagen Sie mir, wie viele Fs kommen vor? Sagen Sie das Ihrem Rechner. Jetzt mal zählen. Und wie viele Fs? Genau. Sechs Stück. Wie viele hatten Sie gezählt? Haha, ich wüsste es gerne. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass so drei oder vier ist das, worauf Leute kommen. Sechs, da haben sie sich richtig, richtig Mühe gegeben, weil das Gehirn, wenn sie lesen, dann nehmen sie ja nicht mehr einzelne Buchstaben wahr. Ja, das macht vielleicht ein Leseanfänger mit sechs, sieben Jahren oder so. Aber prinzipiell, sie gehen ihr Auge liest über komplette Wörter hinweg. Und da werden einfach die Fs ignoriert. Vor allen Dingen, die da hinten so an den Offs dranhängen, die vergisst man doch leicht. Also, irren ist menschlich, das soll Ihnen das zeigen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen wir statische Tests haben oder generell testen. Statische Tests prüfen die Testobjekte an sich. Das habe ich Ihnen schon mal erzählt. Ich wiederhole es hier nochmal kurz. Bei den Testobjekten geht es meistens um Artefakte des Entwicklungsprozesses. Also, im Allgemeinen ist das Quelltext. Aber Sie können genauso Konfigurationsdateien oder Modelle, UML-Diagramm oder so etwas, können Sie absolut genauso damit testen. Das geht mit allem. Sie können auch Ihrem Partner, Ihrer Partnerin eine Einkaufsliste geben und sagen, guck mal rüber, habe ich was vergessen. Das ist in der Form auch ein statischer Test. Das Testobjekt wird dabei nicht ausgeführt. Das heißt, es ist keine Laufzeitumgebung erforderlich, sondern es geht ja nur um den Quelltext. Der wird weder kompiliert, noch wird er übersetzt, noch wird das irgendwie ausgeführt, zur Laufzeit gestartet oder so. Das heißt, es geht um das Ding an sich, das Artefakt. Und man betrachtet dieses Artefakt intensiv. Das ist die Idee. Dabei kann das automatisiert und manuell erfolgen. Sage ich gleich später noch was dazu. Diese Tests haben einen großen Vorteil. Wir haben auch viele Nachteile, aber einen großen Vorteil. Nämlich, dass Sie Fehlerzustände eher finden als Fehlerwirkung. Erinnern Sie sich kurz? Fehlhandlung. Das, wo jemand Mist baut. Fehlerzustand. Der Mist als Teil im Quelltext. Also der Programmierfehler, den jemand so in den Quelltext geschrieben hat. Fehlerwirkung. Das, was das Programm aufgrund dieses Fehlers macht. Crashen zum Beispiel. Oder nicht richtig berechnen. Und normalerweise, wenn Sie dynamische Tests verwenden, dann kriegen Sie ja Fehlerwirkung. Das heißt, Sie merken irgendwie, das, was ich von meinem Programm erwarte, dieses Sollverhalten, das tritt hier nicht auf. Das Istverhalten ist anders. Und das ist eine Fehlerwirkung. Und dann müssen Sie erst Gehirnschmalz investieren, um rauszukriegen, warum ist das denn so? Was ist denn der Fehlerzustand? Was läuft denn in meinem Programm da schief, sodass es diese Wirkung hervorruft? Das ist bei statischen Tests nicht so. Sie sehen sich den Code an und stellen fest, dann Moment mal, hier ist ja ein Fehler. Großer Vorteil. Sie sind nämlich gleich beim Fehlerzustand. Nachteil natürlich, teuer und aufwendig. Mit mehreren Leuten über ein Stück Code zu gehen, Sie sind nicht so besonders schnell. Wenn Sie über so ein Stück Code gehen, Sie kommen vielleicht auf, also je nach Code, aber bei komplexen Sachen kommen Sie vielleicht auf 30 Zeilen in einer Stunde oder so. Dann können Sie sich überlegen, sitzen vier Leute in einem Raum und diskutieren über 30 Zeilen. Das muss man manchmal machen, aber es ist natürlich teuer und aufwendig. Deshalb überlegt man sich ganz genau, wann man das einsetzt. Noch einmal zum Thema statische Tests verglichen mit den dynamischen Tests. Man muss dazu sehen, dass statische Tests Verifizierung betreiben oder Verifikation. Sie verifizieren ein Testobjekt gegen Dokumente aus einer vorhergehenden Konstruktionsphase. Sie gucken sich das also an und gucken, passiert da das, was vorher vorgeschrieben wurde. Also Sie haben zum Beispiel eine Anforderungsdefinition und gucken, ist diese funktionale Entwicklung, die hier aufgeschrieben ist, die funktionelle Spezifikation entspricht dieser Anforderung. Das wäre eine Verifikation und das geschieht mit statischen Tests. Dazu machen Sie statische Tests. Sie können sich das Dokument beispielsweise angucken und dann vergleichen, entspricht das eben diesen Anforderungen. Nennt sich dann auch statische Analyse, so etwas. Währenddessen die dynamischen Tests, also dieser Teil hier unten, die validieren. So nennt man das. Die validieren, das heißt, sie gucken sich an, wie ist mein Ergebnis, das ich tatsächlich ausführe, wie verhält sich das gegenüber dem, was ich dann mal an Sollwerten in der Speck festgelegt habe. Und das ist eine fundamental andere Richtung. Also in diesem Konstruktionsast zu verifizieren, also zu gucken, passt die nächste Stufe zu vorhergehenden, ist anders, als wenn Sie aus dem Testast gegen die Vorgaben aus dem Konstruktionsast sich orientieren. Und ich möchte das noch einmal darstellen, Verifikation versus Validation, also Verifizierung im Deutschen, ist die Prüfung, ob Ergebnisse einer Entwicklungsphase den Vorgaben aus der vorherigen Phase entsprechen. Die Frage, die dahinter steht, ist, haben wir das System richtig realisiert? Bauen wir das hier richtig? Oder bauen wir es falsch? Kann ja auch sein. Während Verifizierung, also ich merke mir das immer mit vertikal, weil es so halt so, es geht so nach oben. Das ist die Verifizierung. Und dann gibt es die Validierung, die merke ich mir so ein bisschen umständlich über Wasser, ist bei mir horizontal und damit ist es eben auf der horizontalen Ebene, also die Validierung. Er prüft, ob ein System die Anforderungen aus der korrespondierenden Entwurfsphase bezüglich einer beabsichtigten Nutzung erfüllt. Eine Anforderung hat immer irgendeine Nutzung, die man damit verbindet. Das System soll schnell sein oder es soll eine bestimmte Funktion haben. Das heißt, die Frage ist nicht mehr, ob man richtig gebaut hat, sondern ob man das Richtige gebaut hat. Das ist jetzt so ein kleiner, feiner Unterschied. Also die Frage ist, ist das, was wir hier gebaut haben, hat das, erfüllt das den beabsichtigten Nutzen für wer auch immer es braucht? Die Nutzer, der Kunde oder so. Haben wir das richtige System realisiert? Haben wir das gebaut, was der Kunde will? Das andere ist einfach nur, bauen wir das richtig? Da stellt man sich gar nicht so die Sinnfrage. Da fragt man sich gar nicht so, wollte das jetzt der Kunde, sondern da guckt man einfach nur, habe ich das korrekt umgesetzt? Gucken Sie hier, da habe ich geschrieben, 100 Komponenten brauche ich, habe ich 100 Komponenten gebaut? Super. Haben die alle die Signaturen oder haben die alle eine Signatur, die dem entspricht, was ich da als Methode brauche? Super. Und hinterher fragt man, braucht dich die 100 Komponenten überhaupt? Und hoffentlich machen sie es nicht hinterher, sondern hoffentlich machen sie es bereits in dem Prozess. Aber das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Verifizierung, Verification im Englischen und Validierung, Validation im Englischen. Jetzt müssen Sie uns fragen, was ist denn eigentlich das Ziel von statischen Tests? Und wie vorher schon angedeutet, da geht es nicht um die Aufdeckung von Fehlerwirkung, wie dynamische Tests das haben, sondern es geht um die Ermittlung von Fehlerzuständen. Und das können Sachen sein, die gar nicht mal unbedingt zu einer Fehlerwirkung führen, die Sie so erstmal sehen. Also wenn Sie bei Fehlerwirkung an Crasht jetzt oder Rechen etwas Falsches ausdenken, da gibt es viele, viele Sachen, die Sie so in der Form nicht sehen werden. Die habe ich mal außenrum geschrieben, so. Was es für Fehler sein können. Sie können zum Beispiel, gehen wir doch mal oben. Sie können Verstöße gegen die Spezifikation haben, also da steht einfach was anderes drin, als Sie implementiert haben, oder auch gegen Standards. Wenn Sie zum Beispiel ein Protokoll oder irgendetwas nach einem bestimmten Standard entwickeln, Sie müssen sich an diesen Standard halten, kann jemand, der diesen Standard gut kennt und sich Ihren Code anguckt, kann dort Fehlerzustände finden. Der sagt aber, na pass mal auf, du antwortest hier auf Message Key Access mit Access Granted. Das ist richtig, aber da gibt es noch einen zweiten Fall und da ist es Access Denied, wenn das Flag so und so und also Leute, die eine Vorstellung haben, wie der Standard aussieht, den Standard kennen, können Ihnen da sehr helfen. Das heißt, ein Code Review wird oft von Leuten mit Leuten durchgeführt, die halt Experten für das Gebiet sind, für das gereviewt wird. Und es ist so, dass es gibt sehr viele Standards und je nach Domäne abhängig werden die mehr oder weniger benutzt. Also zum Beispiel in der Medizintechnik völlig normal, dass sie nach bestimmten Standards entwickeln. Wenn Sie jetzt Apps entwickeln, vielleicht nicht so. Ich denke so Usability und Accessibility, also die Fragen, wie gehen sie damit um, dass sie zum Beispiel Webseiten so gestalten, dass sie auch sehbehinderten Menschen zugänglich sind oder Leuten, die schlecht hören oder so. Das sind so durchaus Standards, die gibt es da. Sie können sich auch in Webstandards halten und man kann ein Review machen, ob das jetzt hier HTML5 konform ist. Solche Sachen, das gehen. Also Standards. Es können Fehler in Anforderungen sein. Das kriegen Sie durch Code Reviews raus, beispielsweise zusammen mit dem Kunden. Können genauso Fehler im Design sein. Das wären dann vielleicht Reviews, die intern in dem Design-Team mit zum Beispiel einem Senior-Designer geführt werden. Es könnten Fehler hinsichtlich unzureichender Wartbarkeit sein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Operations-Leute dazu holen und die sagen, da ist ja alles schön, was ihr hier macht, aber wir müssen halt einmal in der Woche die Datenbank runterfahren und dann wird euer Programm stehen. Dann ist das so eine Anforderung, die kommt aus einer ganz anderen Richtung. Die kommt nämlich aus der Erwartung oder aus dem Betrieb und das sind auch Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Es könnte eine falsche Schnittstellen-Spezifikation sein. Sie haben zwar das perfekt implementiert, aber nur leider ist die Schnittstelle gar nicht das, was sie, also bietet gar nicht das, was sie erfüllen sollte. Sie können Projektpläne verletzen. Es kann alles korrekt sein, aber Sie liefern einfach mal drei Monate zu spät ab. Da müsste also das Management mit einbezogen werden. Da gibt es halt ein Management-Review. Da gucken sich die Leute an, ob das aus einer Management-Sicht überhaupt Sinn macht, ob das funktioniert. Sie können schlichtweg einen suboptimalen Entwicklungsprozess haben. Das heißt, es läuft einfach nicht so, wie es laufen könnte und das können Leute sehen, die sich mit Prozessen auskennen. Die können halt sagen, die können versuchen, diesen Prozess zu optimieren und können sagen, naja, testet doch einfach mal zwei Wochen früher oder macht dies und das und dann wird das alles leichter oder schneller oder kostet weniger Geld. Also an der Stelle die Einbeziehung von Experten unter Umständen von anderen Domänen oder anderen Fachlichkeiten, ist ganz charakteristisch für Reviews, für statische Tests. Worum geht es da generell bei statischen Tests? Die Idee hier ist Prävention. Prävention heißt, wir versuchen das Risiko frühstmöglich zu erkennen und vorzubeugen, bevor das Problem eigentlich entsteht. Kinder sind keine Probleme offensichtlicherweise, aber eine ungewollte Schwangerschaft vielleicht schon. Also Prävention, den Fehler so früh wie möglich fangen, bevor er tatsächlich teure Auswirkungen hat. Es gibt dabei einen manuellen Ansatz. Das ist, wenn ich über ein Code Review spreche, normalerweise was passiert. Das heißt, man prüft manuell durch den Menschen. Da wird tatsächlich zum Beispiel ein Stück Code an Leinwand per Beamer geworfen in einem Konferenzraum. Da sitzen an meinen Tisch viele Leute und machen sich dazu Notizen. Und wir benutzen also unsere Analysefähigkeit, um komplexe Sachverhalte zu prüfen und zu bewerten und zu sagen, ist das jetzt richtig gelöst? Fällt da jemand was auf? Und das geht halt nur, wenn die Leute da drin sitzen, auch die notwendige Erfahrung haben, um das beurteilen zu können. Ansonsten nützt ihnen ein Review gar nichts. Also vier Rookies in einem Raum, die sich ein Stück Code angucken, wo einer nicht schlauer als der andere ist. Das ist verschenkte Zeit meist. Es sei denn, es ist einfach so ein Flüchtigkeitsfehler. Das kann ja auch sein. Ein typischer Ansatz im Software Engineering ist dieses Pair Programming. Also zwei Augenpaare. Zwei Leute sitzen gleichzeitig am Rechner. Und das sollte man nicht belächeln. Das ist tatsächlich, ich nehme an die Erfahrung, haben sie schon aus Gruppenarbeiten? Das ist eine sinnvolle Sache. Also da lernt man viel. Und während man zum Beispiel implementiert, also wenn man selber tippt, hat man ja eine ganz andere Vorstellung von dem Code. Man ist ganz viel konzentrierter auf kleinere Abschnitte. Und es ist so, dass die zweite Person, die daneben sitzt, die hat mehr so das Ganze im Blick. Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber ist ihnen vielleicht schon aufgefallen, die sagt dann, naja, musst du aber da oben auch noch ändern, hattest du bisher vergessen. Oder guck mal hier, du bist jetzt außerhalb des Scopes oder da fehlt dir noch eine Klammer oder so. Also selbst so ein Review, jemand, der beim Coden sozusagen mithilft oder wo man zu zweit codet, ist schon sehr nützlich, um schnell Fehler zu finden. Ich meine, der Fehler wäre Ihnen vielleicht eine Minute später auch aufgefallen, aber so geht es einfach schneller. So einen manuellen Ansatz können Sie bei allen Dokumenten durchführen, die Sie letztendlich in Ihrer Softwareentwicklung verwenden. Das heißt, Verträge, juristische Verträge, kein Problem. Anforderungsspec, Designspec, Quelltexte, Textkonzepte oder Spezifikationen, Testfälle, Testskripte oder Handbücher, Doku, alles. Also das ist extrem flexibel, weil Sie ja auch keine Werkzeuge brauchen, außer Ihrem gesunden Menschenverstand und der Fähigkeit, dieses Dokument zu verstehen und zu erfassen. Neben dem manuellen Ansatz, der wahnsinnig aufwendig ist, hatte ich kurz angeschnitten, gibt es natürlich einen automatisierten Ansatz. Statische Analyse nennt er sich und das sind Programme, die prüfen Regelsätze meistens gegenüber beispielsweise Code. Und das kann den Charakter von Empfehlung haben. Kennen Sie vielleicht aus Ihrer IDE. Meinten Sie wirklich das und das? Beispielsweise, wenn Sie ein If-Statement haben, wo Sie drin, Sie schreiben x gleich 0 und das x gleich 0 wäre eine Zuweisung in der Sprache, die Sie nutzen. Dann gibt es viele IDEs, die sagen, bist du ganz sicher? Meintest du nicht x gleich 0 an dieser Stelle? Also das ist eine standardstatische Analyse. Da macht die IDE, guckt sich die ganze Zeit ihren Code an, auf bestimmte Muster sozusagen, die sie findet. Und das sind üblicherweise Erfahrungswerte, die kodiert sind in irgendeiner Form von Expertensystem. Und die IDE macht dann halt Vorschläge. Und die gibt es noch ein bisschen ausgebauter, die Werkzeuge, sodass Sie eine statische Analyse fahren können. Die macht dann zum Beispiel auch Vorschläge, wie Sie Ihren Code verbessern können. Meckert zum Beispiel Klassen an, die zu groß sind oder zu viele Verbindungen haben oder so. Das geht natürlich nur um Dokumenten mit formaler Struktur. Quelltext ist so ein Dokument. Quelltext muss durch einen Rechner verstanden und ausgeführt werden. Das heißt, das ist formal. UML-Diagramme sind hinreichend formal, um so ein bisschen statische Analyse zu treiben. Alles kann nicht erkannt werden, weil also gerade die Semantik, was bedeutet denn das jetzt eigentlich wirklich, was da im Diagramm steht, ist nicht 100 Prozent klar. Die ist relativ schwammig in der UML, habe ich bei SE1 auch schon mal erwähnt. Ja, also Sie sollten wissen, wir kümmern uns jetzt hier rein um diese manuelle Schiene, aber Sie sollten es wissen, es gibt einen automatisierten Ansatz und der heißt statische Analyse. Kommen wir jetzt zum Abschnitt über das Code Review an sich. Was ist das? Ein Code Review, haben wir schon gesagt, prinzipiell ist ein manueller Ansatz und das folgt einem Review-Prozess. Nur ist es so, es folgt immer einem Review-Prozess, auch wenn Sie einen Kollegen fragen, ob er nach dem Mittagessen nicht mal schnell über Ihren Code rüber gucken kann. Selbst das ist eine Form von Prozess mit mehr oder weniger stark ausgeprägten Aktivitäten. Also was sind die Aktivitäten, die sich schlaue Leute mal ausgedacht haben, die sozusagen Teil dieses Review-Prozesses sind? Das sind sechs Stück. Beginnend mit der Planung. Man muss sich grundsätzlich erstmal überlegen, wie soll das Review durchgeführt werden? Man muss Zeiten finden, man muss eventuell in den Kalendern von Leuten Termine eintragen, gucken, wann wer Zeit hat. Das heißt, eine Form von Planung, zur Verfügung stellen von Unterlagen, erstellen von Vorlagen zum Beispiel. Das muss sein. Dann gibt es ein Kick-Off. Das findet manchmal informell statt. So, hey, wollen wir das heute Nachmittag und so? Also eine kleine Verabredung. Oder auch, man setzt sich zusammen und beschließt formal, dass es sozusagen losgeht und es gibt Präsentationen zum Beispiel zu dem, was zu graviert werden soll. Anschließend, und das ist notwendig, gibt es eine Phase individueller Vorbereitung. Die individuelle Vorbereitung machen Sie, weil selbst wenn Sie Experte in einem Gebiet sind, oft werden Sie zum Beispiel, machen Sie ein Review an einem anderen Ort oder für einen Teil Code, den Sie noch nicht kennen. Und da müssen Sie sich, um ein professionelles Review durchzuführen, müssen Sie sich natürlich vorher damit beschäftigen, was ist das für Code. Wenn da zum Beispiel eine Bibliothek benutzt wird, müssen Sie sich vorher die Bibliothek angucken. Oder wenn bestimmte Aufrufe gemacht werden oder eine Sprache in einer bestimmten Art benutzt wird, müssen Sie sich vorher damit vertraut machen, was ist das jetzt? Ist das ein Fehler? Damit Sie überhaupt beurteilen können, ist das jetzt ein Fehler? Ist das ein Problem? Oder weiß ich das einfach nicht? Und glauben Sie mir, es gibt viele Dinge, die man nicht weiß. Insofern eine individuelle Vorbereitung, wo sich das Artefakt, Sie sich das schon mal angucken und generell schon mal raussuchen, wo die Probleme sind. Also Sie fangen schon an, sogenannte Findings zu finden. Also Sie gehen durch und sagen, hier ist ein Problem. Und dann checken Sie selber mal, ist es ein Problem oder nicht. Ihre Aufgabe ist nicht, einen Lösungsvorschlag zu machen. Das kann man im zweiten Schritt natürlich machen. Und die Autoren des Codes werden Ihnen auch total dankbar sein für Lösungsvorschläge. Aber die Idee ist hier beim Review erstmal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das hier stimmt nicht. Was auch immer dieses stimmt nicht ist, kann auch sein, das könnte zu langsam werden. Oder ich habe das Gefühl, ich kriege da Bauchschmerzen bei. Reicht auch. Ist ein Finding. Sogar das Finding. Also individuelle Vorbereitung, um zu trennen, ob das Problem auf Ihrer Seite liegt oder das Problem auf der Seite des Quelltexts des Autors liegt. Dann gibt es eine Review-Sitzung. Da sitzt man wirklich meistens physisch in einem Raum, sollte man zumindest. Und fängt an, durch diesen Code durchzugehen. Das heißt, die Leute legen ihre Findings auf den Tisch. Es sind jede Menge Menschen versammelt. Ich sage gleich, wer da alles beteiligt ist. Und dann prüft man das, bewertet das. Also ist es jetzt ein Problem oder nicht? Sehen wir das alle als Problem? Sagt der Chef, es ist ein Problem? Und dann fängt man an, diese Findings alle festzuhalten und eben sich zu verabreden, was dann geschieht. Dann gibt es eine Überarbeitung, wo sozusagen die Leute in alle Winde gehen oder sich in alle verschiedenste Zimmer verstreuen und über einen Zeitraum eben diese Probleme lösen oder zumindest damit umgehen mit dem, was da aufgedeckt wurde. Und dann gibt es eine Nachbearbeitung. Das heißt, irgendjemand muss sich jetzt das Resultat dieser Überarbeitung schnappen und gucken, naja, wir haben ja jetzt hier die Ergebnisse. Kann ich die alle abchecken, kann ich sagen, das wurde gemacht, das wurde gemacht, das gemacht. Also wurden tatsächlich die gefundenen Probleme alle bearbeitet. Ist es passiert. Das ist die Nachbearbeitung. Prinzipiell sollten Sie auch bei Meetings zum Beispiel immer eine Vorbereitung, eine Nachbereitung haben und den Leuten bei der Vorbereitung noch eine Zeit für eben diese individuellen Teile der Vorbereitung geben. Wer muss jetzt dabei sein? Bei den Rollen haben wir fünf Stück. Und denken Sie dann, Rollen können, sind nicht Personen. Rollen werden zwar durch eine Person bekleidet, aber es kann durchaus sein, dass eine Person zwei Hüte auf hat. Also zwei Rollen bekleidet. Oder dass eine Rolle durch mehrere Personen ausgefüllt wird. Was sind die Rollen? Sie haben den Manager. Der Manager, der guckt eigentlich nur, dass es läuft. Das heißt, er entscheidet generell, gibt es ein Review? Wie lang soll das sein? Wer nimmt daran teil? Wann haben wir das Zeit? Also in welchem Zeitraum machen wir das? Und am Ende guckt der auch, ob das gelaufen ist und richtig, also ob das gut gelaufen ist und ob das komplett ist. Dann gibt es den Moderator. Und wie gesagt, das kann die gleiche Person sein. Das ist aber erstmal eine andere Rolle. Der Moderator hat nichts darüber zu sagen, wann das passiert, sondern der leitet einfach den Prozess. Er leitet die Planung, die Review-Sitzung. Wie gesagt, er fällt die Entscheidung dazu nicht. Und auch die Nachbearbeitung. Das ist häufig die Person, von denen das abhängt, wirklich. Also wenn Sie mal ein Meeting mit einem Moderator gemacht haben, das ist prima. Da ist nämlich jemand, der zum Beispiel, wenn sich Leute verquatschen, die auf Reihe bringt. Der sagt, so, jetzt hier konzentrieren wir uns mal. Wir sind bei Punkt XY. Agenda sagt, wir sollten jetzt schon drei Punkte weiter sein. Jetzt aber bitte Geschwindigkeit. Also nicht, das ist nicht der einzige Grund, warum Moderator gut ist, aber ist ein guter Grund. Neben dem Moderator, der das irgendwie, sag ich mal, im Rahmen hält, gibt es Autoren. Das sind die Personen, die für das zu prüfende Dokument hauptverantwortlich sind. Die dürfen nicht identisch mit der Gutachterrolle sein. Alle anderen dürfen irgendwie von der gleichen Person bekleidet werden, aber sie dürfen nicht selber ihren Code revieuen. Das können Sie mal zum Training machen, aber wenn es ernsthaft um Review geht, geht es ja um das andere Paar Augen. Und das sind eben nicht Ihre eigenen. Das heißt, wenn Sie die Rolle des Autors haben, was wahrscheinlich ist für ein Code Review, zumindest wenn Sie anfangen beruflich, dann sind Sie eben in der Lage dazustehen und zu sagen, ja, nun gib mir Feedback zu meinem Code. Und das kann auch hart sein. Ja, das möchte ich gar nicht verschweigen. Das kann schon bitter sein. Auf der anderen Seite hängt es total vom sozialen Geschick der Leute ab, mit denen Sie da umgehen. Und in einem freundlichen Klima ist es absolut machbar. In einem unfreundlichen Klima kriegt man da Sachen. Also es gibt Firmen, die haben so eine Firmenkultur, wo man halt auch Sachen um die Ohren gehauen kriegt. Und das ist, ja, unfreundlich, aber passiert auch. Die andere Rolle ist, sind Gutachter. Gutachter haben das fachliche Wissen. Sind Experten auf einem, einer Gebiet in einer Domäne. Und die gucken sich den Code an und beschreiben dann ihre Findings. Die Befunde nennt man die auf Deutsch. Die sagen, also wie gesagt, an dieser Stelle habe ich Bauchschmerzen. Weil. Oder guck mal, die Exception hast du so nicht richtig gefangen. Meiner Meinung nach, da kann folgendes passieren. Da kannst du Speicherleaks haben zum Beispiel. Das heißt, es wird so eine Liste von Findings, von Befunden gemacht. Und dann gibt es eine letzte Rolle, Protokollant. Und Protokollant, diese Person ist nur dafür zuständig, die Sachen mitzuschreiben. Das heißt, es werden alle Ergebnisse, die Probleme, die Befunde und die offenen Punkte aufgeschrieben, die im Laufe der Sitzung identifiziert werden. Und dann kann eben ein Manager hingehen und kann sagen, ist das alles passiert? Haben wir die alle gefunden in der Überarbeitung? Überarbeiten tut es natürlich ein Autor. Ja? Also verantwortlicher für den Code bleibt verantwortlich für den Code. Es ist jetzt nicht so, dass der Gutachter hingeht und sagt, ey, ich verbessere dir das mal schnell. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass jemand anderes, der mehr Ahnung hat im Idealfall, es geht wirklich darum, dass da jemand sitzt, der mehr Ahnung hat, seinen Senf dazu gibt. Und das kann hochformal geschehen. Ja? Also diese Rollen können, da können plötzlich acht Leute im Meeting sitzen. Also meistens wirklich nur ein Protokollant, ein Manager, ein Moderator. Aber dann haben sie ja noch jede Menge Rollen übrig. Da kann ein Autor mit drei Gutachtern sitzen oder da können zwei Autoren oder drei Autoren sitzen, ein Gutachter, man weiß es nicht. Also verschiedene Möglichkeiten. Und wie gesagt, es ist manchmal auch vorgeschrieben und solche Sachen können auch durchaus mal eine Woche dauern. Wenn man wirklich ein Review machen muss durch ein kritisches Stück Code durch, dann können da eine Woche lang fünf Leute in einem Konferenzraum sitzen. Wie gesagt, kann aber auch ein Nachmittagessen für eine Viertelstunde sein. Und dann fallen diese Rollen alle auf zwei Personen zusammen. Was gibt's für Arten von Reviews? Und zwar ist es im IEEE Standard 1028 festgelegt und den habe ich hier einfach mal genommen. An dieser Stelle gibt es der IEEE Standard definiert fünf verschiedene Arten von Reviews. Management, Technisch, Inspektion, Walkthrough und Audit. Management Review ist schlichtweg, wenn sich die Leute, die das Management machen, sich angucken, ob das Projekt läuft. Das heißt, eine Überprüfung des Projektfortschritts mit dem Hinblick auf die Effizienz und die Einhaltung der Planung. Müssen sie unter Umständen, kriegen sie das gar nicht mal mit, weil das Management ist weit weg und also je nach Größe des Unternehmens oder so. Aber seien sie sich sicher, Management Reviews finden statt. Dann gibt's technische Reviews. Na klar. Das heißt, das ist das, was wir eben besprochen haben, was sie sich vielleicht am ehesten vorstellen kann. Es gibt eine Gruppe von Experten, die sich das angucken und gucken, ist es geeignet, hat es Probleme und folgt das einem gewissen Standard. Also sie haben ein Stück Hardware gebaut, da gibt's den USB-3-Experten und der guckt sich jetzt an, ist ihre Implementierung denn USB-3-konform. Zum Beispiel. Dann gibt's diese relativ informelle Geschichte, eine Inspektion. Das ist dieses, guck dir doch mal meinen Code an, also Identifikation von Anomalien durch ein zweites Augenpaar. Also die Idee ist, jemand guckt mal drüber. Dann gibt's die genunglichen Walkthroughs. In Walkthroughs, da sitzen Leute im Raum und gehen tatsächlich durch Szenarien für ein Programm und spielen das quasi durch. Bis hin zu, dass durch die einzelnen Codesahlen durchgegangen sind. Also die verfolgen, wie die Aufrufe laufen. Die verfolgen tatsächlich, wie die Funktionalität des Programms geht. Und dann gibt's Audits. Das ist eine unabhängige Evolution. Das heißt, da kommen die Gutachter von außerhalb. Die muss man zum Beispiel kaufen. Also im Sinne von Mieten. Man bezahlt Leute dafür, dass sie von außen, es gibt dann Gutachten, also Gesellschaften, die sich, oder Firmen, die sich über Gutachter kümmern. Und die kommen von außen rein und gucken sich das an. Zum Beispiel, ob ihre Organisation einen Qualitätsstandard, irgendeinen ISO-Qualitätsstandard einhält. Das ist für manche Sachen, wenn man zum Beispiel, wenn sie eine große Firma sind oder eine große Firma haben, dann gibt's da ISO-Qualitätsstandards. Die muss man machen, weil man, wenn man sich zum Beispiel an europäischen Ausschreibungen beteiligen will, muss man ISO-Qualitätszertifiziert sein. Und dazu gehört ein unabhängiges Audit. Ein Audit. Das ist da einfach vorgeschrieben. Und da gibt's eben Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, dass man die bezahlt. Man kommt eine Gruppe von Leuten und nimmt sozusagen ab, dass die Qualitätsprozesse ISO-konform sind. Das ist witzigerweise, das ist Ihnen vielleicht gar nicht klar, aber unsere Hochschule hat das dauert. Wir müssen alle, ich glaube, fünf Jahre jeden Studiengang auditen lassen. Wir müssen uns von außen bescheinigen lassen, dass wir als Hochschule weiter Bachelor- und Masterabschlüsse vergeben dürfen. Und das geschieht durch ein Audit. Und das ist sehr komplex. Also da werden hunderte Seiten Papier geschrieben und da wird ganz genau dargelegt, wie der Studiengang aufgebaut ist und wie die Zahlen sind. Und da gibt's dann auch durchaus Anmerkungen dazu. Zum Beispiel, sie haben zu wenig Mathematik oder es ist aber notwendig, dass im fünften Silvester noch Praktikum ist oder irgendwie sowas. Also wir werden tatsächlich als Hochschule ständig georditet und das ist für die Profs und für die Verantwortlichen der Studiengänge immer ein ziemliches Springen. Also das ist tatsächlich eine Sache, die uns beschäftigt. Gut, kriegen Sie vielleicht gar nicht mit, aber solche Sachen passieren, auch im Rahmen von Hochschulen, gar nicht technisch. Ja, das ist also nicht, hat nichts mit Programmieren zu tun. Das passiert in allen größeren Organisationen. Gibt's Audits hinblicklich verschiedener Sachen. In Schulen gibt's Audits. Also das ist einfach eine unabhängige Beurteilung, wie letztendlich eine Organisation tickt und wie sie aufgestellt ist. Und das ist eine Sache, die einfach notwendig für Transparenz. Ja, man muss gucken, machen die das Bild vernünftig und ja, zeigen die, wie sind die Prozesse. Eine ganz normale Sache. Das ist aber läuft unter Review. Das ist eine Form von Review, ist ein Test in dem Sinne. Kommen wir zum letzten inhaltlichen Abschnitt. Der Testprozess, der allgemeine Testprozess. Ich muss sagen, ich hoffe, dass sie bei mir bleiben für die nächste Viertelstunde. Die Folien sind doch textlastig. Sie sind ziemlich kompakt. Also es ist, es wird tatsächlich, versuchen Sie mal dabei zu bleiben, sage ich einfach nur. Bleiben Sie wach, pausieren Sie noch mal, holen Sie sich noch mal einen Kaffee, atmen Sie durch. Wir tauchen jetzt noch mal ein in eine ziemlich dichte Beschreibung. Es geht um den Testprozess an sich. Den sehen Sie hier auf der rechten Seite. Der besteht aus fünf hauptsächlichen Aktivitäten. Und das sind leider oft so Doppelaktivitäten. So eine Planungs- und Steuerungsaktivität, Analyse beziehungsweise Entwurf, Realisierung und Durchführung, Bewertung und Bericht und Abschluss. So heißen diese Aktivitäten. Dann haben Sie jede Menge dieser Pfeile und die zeigen Ihnen, wie zwischen diesen Aktivitäten, wo da Abhängigkeiten bestehen. Prinzipiell können die zeitlich überlappend ausgeführt werden, also parallel. Oft setzt aber natürlich ein Bericht voraus, dass es eine Durchführung gab vom Test. Sonst kann ich über nichts berichten. Also da gibt es Abhängigkeiten. Und die sehen Sie eben in diesen Pfeilen. Also man muss irgendwo beginnen. Da geht man in so ein Planungs- und Steuerungsding. Das ist hier so als Klammer außenrum gezeichnet. Weil das quasi Planung und Steuerung ist ja etwas, was alle Phasen irgendwie mit einbezieht. Und von der Planung gehen Sie erst mal in die Analyse, gucken sich was an, was Sie machen, in den Entwurf. Da wird geguckt, wie wollen wir denn jetzt testen? Und dann gehen wir weiter in eine Realisierung. Da werden Testfälle zum Beispiel entwickelt, also implementiert, Testwerkzeuge benutzt, aufgesetzt, in Testumgebung geschaffen und die Durchführung. Also Sie klicken auf einen Knopf und sehen Ihre Testfälle laufen. Sagen wir mal so. Abschließend wird eine Bewertung vorgenommen. Das heißt, man guckt sich das an. Ist grün? Ist rot? Passt es? Passt es nicht? Und es wird ein Bericht erstellt. Wie viele Testfälle gibt es? Wie haben die abgeschlossen? Wann ist das durchgeführt worden? Und so weiter. Im günstigsten Fall machen Sie jetzt einen Abschluss und danach sind Sie zu Ende. Falls Sie an der Stelle der Bewertung zum Beispiel Fehler haben, gehen Sie zurück. Entweder im übelsten Falle bis zum Entwurf. Bis in die Analyse oder den Entwurf rein. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, hier gibt es einen Bereich, da haben wir gar keine Aussage, da haben wir gar keinen Test zu und da sieht nicht gut aus. Dann gehen Sie und machen Sie Tests. Das kann sein, dass Sie bis dahin zurück. Und vielleicht müssen Sie auch nur hierhin zurück. Realisierung und Durchführung. Vielleicht korrigieren Sie einen Fehler irgendwie und dann werden die Tests nochmal angeschnitten. Sind Sie wieder bei Bewertung und Bericht. Genauso können Sie aus dem Abschluss zurück. Noch schlimmer. Wenn Sie eigentlich sagen, wir sind fertig, reflektieren Sie, ob Sie fertig sind und stellen fest, haben wir es vergessen. Dann gehen Sie zurück in die Analyse oder den Entwurf. Beziehungsweise noch höher. Eventuell sogar auf die Planungsebene. Es kann natürlich sein, dass Sie so große Lücken haben, dass Sie nochmal auf der Planungsebene gegensteuern müssen. Dieser fundamentale oder allgemeine Testprozess, den gibt es für jede Teststufe. Den gibt es zum Beispiel für den Systemtest. Den haben Sie aber auch in viel, viel abgespeckterer Form für Unit-Tests. Irgendwie haben Sie das. Also überlegen Sie mal, selbst wenn Sie in Unit-Tests schreiben, haben Sie irgendeine Form von Planung und Steuerung. Das passiert bei Ihnen ganz intuitiv. Sie sagen, oh, ich brauche das. Was brauche ich denn dafür? Wo ist denn die Speck jetzt gewesen? Was habe ich hier liegen? Und so, Planung. Dann haben Sie eine Analyse und Entwurf. Sie gucken sich das an und Sie überlegen sich, wie mache ich denn das jetzt hier? Dann haben Sie eine Realisierung. Sie entwickeln Testfälle und implementieren die und bauen sich irgendein Test-Framework oder eine Testumgebung. Sie haben eine Durchführung. Sie klicken auf Run. Sie haben irgendwie eine Bewertung. Da steht rot, grün und so. Dann haben Sie einen Bericht. Den haben Sie in jedem Fall, weil Sie irgendwie einen Ausdruck haben von Test-Runs, wie die gelaufen sind. Den können Sie auch speichern. Oft wird der eingepflegt in irgendeinem System. Das ist bei größeren Firmen sehr wichtig zu dokumentieren, wann welche Testfälle wie gelaufen sind. Eventuell schmeißen Sie den auch weg, wenn es nur um einen Komponententest oder so geht. Und dann haben Sie auch einen Abschluss. Das heißt, Sie sagen jetzt, fertig. Ich check das jetzt alles so ein. Passt. Und sind am Ende. Das heißt, dieser Prozess, selbst für den kleinsten Unit-Test, führen Sie den durch. In einer ganz informellen Variante. Der geht aber auch richtig formal. Also den können Sie auch auf einer großen Ebene ziehen, sodass er drei Jahre braucht und tausende Leute beinhaltet. Also, fundamentaler Prozess ist so ein bisschen wie die allgemeine Testumgebung. Ist etwas, so sieht es immer aus, aber die Ausprägung ist doch sehr, sehr verschieden. Gehen wir jetzt mal durch die einzelnen Aktivitäten im Detail. Fangen wir an mit dieser Klammer. Testplanung und Steuerung. Und das erste und vielleicht wichtigste, was so eine Testplanung macht, ist ein sogenannter Testplan, ein Testkonzept erstellen. Das ist normalerweise ein Dokument. Das legt eine Teststrategie fest. Also, welche Ziele haben wir, wie viel testen wir, was kann passieren, Risiken. Und spezifiziert erstmal eine Vorgehensweise. Wie viele Leute, wer macht was, womit wird getestet und so weiter und so fort. So konkret, wie es geht. Ganz konkret geht das bestimmt noch nicht. Aber man kann so generell mal festlegen, was ist denn der Umfang von dem Ganzen, wie ist denn die generelle Herangehensweise technisch und so. Das können Sie hier klären. Danach geht es in die Detailplanung. Was sind die Ressourcen, die gebraucht werden? Sowohl personelle Ressourcen als auch zum Beispiel zur Hardware oder Teststände. Und einen Teststand muss man schon vorher Bescheid sagen, dass man den mal einen Monat braucht. Wie intensiv wollen Sie testen? Es macht wirtschaftlich keinen Sinn, alles so beizutesten, wie es überhaupt geht. Sondern Sie machen natürlich eine Priorisierung. Sie sagen, das ist das Wichtigste. Diesen Teil testen wir ausführlicher. Bei dem glauben wir, der passt. Den haben wir in drei anderen Projekten gehabt. Ariane 4 hatten wir das auch schon, wird schon gehen. Also man kann immer daneben liegen. Aber das ist halt eine wirtschaftliche Entscheidung letztendlich. Und eine Managemententscheidung. Sie entscheiden sich so ein bisschen dafür, welche Testentwurfsverfahren zum Einsatz kommen sollen. Machen wir Äquivalenzklassenbildung. Versuchen wir es eher dynamisch abzufrühstücken. Ist es jetzt eine reine Whitebox-Entwicklung oder so? Da können Sie schon entscheiden. Und ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch bei Ihnen noch nicht so auf dem Schirm ist. Sie müssen wissen, wann Sie fertig sind. Wann ist genug getestet? Sogenannte Test-Ende-Kriterien. Die werden festgelegt. Weil Fehler finden Sie immer. Je mehr Sie testen, desto mehr Fehler finden Sie. So ähnlich wie, Sie haben ein wunderbares Beispiel. Nämlich im Moment haben Sie Corona-Tests. Also Sie sind Covid-19-Testen. Das ist genau das Ding. Je mehr Sie testen, desto mehr erhöhen sich Ihre Zahlen. Wann ist denn fertig? Das ist diese große Diskussion. Was leiten wir denn daraus ab mit diesen Zahlen? Welche Maßnahmen treffen wir denn? Und was sind denn die Metriken, auf denen wir das basieren? Neuinfektionen, Verdopplungs der Fallzahlen, Tote? Was sagt uns aus, wie wir sozusagen weitermachen? Und genau das ist dieses Test-Ende-Kriterium. Also wann hören wir auf, in diesem Fall zu testen? Mit Covid-19 werden wir vermutlich erstmal nicht aufhören zu testen. Weil das so eine kontinuierliche Geschichte ist. Können Sie übrigens auch machen. Dass Sie die Tests immer wieder laufen lassen. Auch auf Laufzeitsystemen geht das übrigens. Sie können natürlich Tests benutzen, um den Betrieb eines Systems zu überprüfen. Heißt aber dann, Monitoring soll uns auch jetzt nicht so richtig beschäftigen. Kommen wir lieber zum zweiten Teil dieser Folie. Was zusätzlich in diesem Testkonzept noch drinsteht, ist eine grobe Zeitplanung. Wann werden wir fertig? Wann sind welche Phasen dran? Wann ist Realisierung? Wann ist Durchführung? Und der zweite Teil, den diese Planung macht, ist Planung und Steuerungsabschnitt oder Aktivität, ist eben die Steuerung. Das heißt, es wird ständig überwacht, es wird gemessen und analysiert. Wie viele Tests sind denn gefahren? Wie viele sollen denn gefahren werden? Wie ist denn der Testfortschritt? Sind wir im Plan? Sind wir nicht im Plan? Erinnern Sie sich so ein bisschen an die Prozessevorlesung aus SE1? Burn-Down-Charts zum Beispiel bei Scrum? Also eine Möglichkeit, Diagramme darzustellen, mit denen das Management sagen kann, wir sind im Plan, das passt alles, wir werden es erreichen. So, dann werden von hier aus Korrekturmaßnahmen angestoßen. Das heißt, natürlich die Teststeuerung, also die Steuerung dieses Prozesses, muss sich darum kümmern, gegenzusteuern, wenn was aus dem Ruder läuft. Und das heißt, dazu gehört auch eine Anpassung der Zeit- und Ressourcenplanung. Aufgabe dieser Planung und Steuerung ist auch zu sagen, dass der Testende ist erreicht. Das heißt, das Feststellen des Erreichens der Testende-Kriterien und das Vermitteln, dass jetzt genug getestet ist. Was auch immer diese Testende-Kriterien sind, können wir noch später drüber reden, werden wir noch später drüber reden. Nächste Phase, Analyse und Entwurf. Das ist dieser Planungsphase nachgehend. Das heißt, Sie müssen irgendwie so ein Testkonzept haben an der Stelle. Und jetzt können Sie aus dem Testkonzept logische Testbedingungen und Kriterien ableiten. Das heißt, Sie nehmen Ihre Testbasis, das ist auch so ein Begriff, Testbasis ist letztendlich eine Beschreibung Ihres Systems, alle Dokumente, die Sie haben, Ihre Anforderungen, Ihre Speck, alles, was irgendwie im Hinblick auf Testbarkeit eine Aussage hat. Das ist Ihre Testbasis. Daraus leiten Sie zum Beispiel Sollwerte ab. Oder daraus können Sie ableiten, welchen Teil Sie mit welchen Maßnahmen testen oder wie stark Sie ihn testen. Daraus leiten Sie erst mal Testanforderungen ab. Dieses, was teste ich, wie stark, was muss ich denn überhaupt wissen, was sind meine Sollwerte. Und damit einher geht natürlich, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie können wir denn das überhaupt testen. Das heißt, rein technisch, was brauche ich denn überhaupt für eine Umgebung zum Test? Brauche ich einen großen Teststand? Reicht es, wenn ich über irgendeine Schnittstelle dauernd Werte auf das System schieße? Wie teste ich? Es kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein, wie man testet. Für reine Software, ja, Unit-Tests ist gar kein Problem, läuft ja alles irgendwie im Speicher. Aber sobald Sie zum Beispiel eine Verteilung drin haben, das heißt, der Code, den Sie testen wollen, der läuft überhaupt nicht mehr auf Ihrem Rechner. Da haben Sie ja schon ein Problem. Das heißt, die Testumgebung ist immens wichtig und kann sehr, sehr komplex ausfallen. Da habe ich schon, also Teststand für Raketentriebwerke, viel Beton zum Beispiel. Teil dieses Schritts ist jetzt die Entwicklung der abstrakten Testfälle. Das geschieht im Entwurf. Das heißt, Sie nehmen ein Testentwurfsverfahren, Kontrollflussgrafen, Entscheidungsüberdeckung und entwickeln abstrakte Testfälle. Das heißt, Pfade durch den Grafen zum Beispiel. Kann alles sein, muss jetzt nicht Kontrollflussgrafen sein, aber das war das Beispiel. Jetzt ist es so, dass die Testfälle mehr umfassen als nur jetzt den abstrakten Testfall und auch die Testdaten, die Sie letztendlich für die Konkretisierung brauchen. Sie müssen wissen, wie ist die Vorbedingung, Sie müssen Ihre Sollergebnisse erkennen und Sie müssen wissen, wie sieht denn die Welt nach Ausführung des Testfalls aus. Beispielsweise kann es wichtig sein, dass Sie einen Database-Load machen. Um einen Systemtest durchzuführen, muss quasi die Datenbank erst in einen Initialzustand gebracht werden. Und der Load kann einfach mal drei Stunden dauern. Kann absolut passieren, wenn Sie eine Produktionsdatenbank mit, ich weiß nicht, eine halbe Million Datensätze brauchen für Ihren Test. Klar, halbe Stunde, kein Problem. Oder Sie machen einen Performance-Test, da fahren Sie vielleicht 20 Rechner hoch, die dann alle Nachrichten senden sollen oder so. Das ist also dieses, wie muss ich, bevor ich überhaupt teste, was muss ich machen? Und auch nachdem der Test gelaufen ist, in welchem Zustand bringe ich das dann? Das korrespondiert so ganz lose mit diesen Init- und Cleanup-Methoden, die Sie beim Unit-Test haben. Habe ich öfter schon gesagt, jeder Testfall sollte nur wenige Schritte umfassen. Machen Sie lieber mehr Testfälle, dafür einfacher. Laufen schneller durch, sind einfacher zu warten, einfacher anzupassen, einfach zu verstehen. Sie verknüpfen diese Testfälle dann zu bündeln, die nennt sich eine Suite, eine Test-Suite. Das ist nicht ein Suite, ein Suite ist ein Anzug, eine Suite ist eine Zusammenfassung von Dingen, eine Test-Suite. Gut, also man hat Test-Suites und diese werden normalerweise dann ausgeführt. Nun ist es so, wir sind erst abstrakt, das heißt, wir können noch gar nichts ausführen. Das ist die Phase, die jetzt kommt. Realisierung. Wir müssen irgendwie dahin kommen, diese Testfälle ja durchführen zu. Wäre dann das nächste. Also, erstmal, Sie haben jetzt tausend abstrakte Testfälle und müssen sich natürlich überlegen, wo fangen wir an, die konkret zu machen. Das Projekt läuft, der Kunde will was sehen, irgendwann ist auch Schicht. Also, Sie priorisieren erstmal. Sie gucken sich an, was ist wichtig, was müssen wir als erstes machen. Dann machen Sie konkrete Testfälle. Mit Ihren Testentwurfsverfahren, die Sie sich ausgesucht haben. Das heißt, Sie kodieren Testfälle. Sie stellen Test-Suiten zusammen, klar, die werden zusammengefasst. Und Sie bereiten diesen Test-Rahmen vor. Die Mock-Ups müssen gemacht werden, die Testfälle müssen gemacht werden. Sie brauchen Skripte, die Ihnen das automatisieren. Sie wollen das ganz oft laufen lassen. Sie brauchen Test-Runner. Sie brauchen die Umgebung. Die muss aufgesetzt werden. Sie müssen das überprüfen. Einen Testfall zu implementieren, ist auch eine Softwareentwicklung. Wer testet den Test? Testfälle fehlerfrei zu implementieren, davon können Sie ja nicht ausgehen. Also der Code, den Sie zum Testen schreiben, der hat natürlich auch Fehler. Nun kann man das nicht ad absurdum führen. Das heißt, irgendwie müssen Sie zwar sicherstellen, dass Ihr Code funktioniert. Das merken Sie dann meistens, wenn Sie einen Fehler kriegen. Und dann müssen Sie sich fragen, war der Fehler im Testfall oder war der Fehler real in dem Programm. Aber letztendlich müssen Sie erstmal grundsätzliche Sanity-Checks, also grundsätzliche Checks machen, ob das, was Sie da bauen, plausibel und vernünftig ist und auch vollständig natürlich. Genau, Sie gucken, passt das Testsystem, ist das alles korrekt und Sie müssen auch fixieren, wie ist es konfiguriert. Wie wird die Datenbank geladen, habe ich Skripte dafür? Ich würde Ihnen auch raten, das zu dokumentieren. Wenn jemand diesen Testfall später einmal nachstellen will, ist diese Person Ihnen unendlich dankbar dafür, wenn dazu irgendeine Form von Dokumentation existiert. Nächster Schritt in dieser Aktivität ist dann die Durchführung. Und da folgen Sie Ihrer Priorisierung, das heißt die wichtigsten, die Hauptfunktionen zuerst. Und dann, wenn da schon etwas schief geht, sollten Sie gar nicht weitergehen. Es macht einfach keinen Sinn, jetzt die Nebenfunktionen auch noch alle zu testen. Kommt ein bisschen drauf an, welcher Test da gemeint ist und so. Aber wenn die Hauptsachen noch nicht funktionieren, dann nehmen Sie Ihren Aufwand, der begrenzt ist, und werfen Sie ihn auf die Hauptsachen und nicht auf irgendwelche Unterfunktionen. Sie führen dann die Testfälle aus, das kann manuell sein. Ich weiß von einem Keller in Japan, wo 100 Japaner sitzen und auf Handys tippen. Ich habe auch schon eine große Wand gesehen, wo alle möglichen Handys aufgestellt waren und da wurden Apps manuell installiert, wurde geguckt, also Installationstests, ob die auf all diesen 100 Varianten funktionieren. Okay, also manuelles Testen auch in Fabriken, wenn zum Beispiel Videorekorder hergestellt werden, irgendein technisches Gerät, kein Videorekorder mehr. Dann gibt es natürlich Teststände und das wird manuell durchgeführt. Da wird der an so Konnektoren ran oder Testpunkte werden abgefragt, mit so elektronisch. Sachen werden durchgemessen, das sind alles Sachen, die manuell gemacht werden. Es gibt auch absolut normal, da sitzt jemand vor einer Excel-Tabelle, da steht drin, bitte drücken Sie auf Knopf A. Person drückt auf Knopf A, checkt die Excel-Tabelle. Bitte tragen Sie ein Textfeld so und so, jetzt lassen Sie es ein. Person trägt das Textfeld ein, checkt die Excel-Tabelle. Ist auch eine ganz normale Vorgehensweise. Manuelle Durchführung. Was Sie natürlich wollen, wenn der Aufwand gerechtfertigt ist, ist eine, soweit es geht, eine Automatisierung. Das heißt natürlich zum Beispiel Unit-Tests, die automatisch durchlaufen. Oder einen Teststand, wo man das elektronische Gerät nur reinschiebt und alle Messungen erfolgen sofort. Aber eine Entwicklung solcher Teststände, Entwicklung automatisierter Tests, kostet Zeit, kostet Aufwand, damit Geld. Und die Frage ist, wie oft werden Sie diesen Test wiederholen? Wenn Sie merken, ich habe eine Kleinserie, ich baue zehn Geräte, dann ist natürlich Ihr Testaufwand noch nicht so erhebt. Also die machen Sie vor allen Dingen manuell, der Aufwand mag sehr hoch sein. Aber den Sinn, das zu automatisieren, das ist einfach noch nicht da. Wenn Sie aber merken, uh, verkauft sich hier wie geschnitten Brot, wir stellen einfach mal 100.000 Geräte her. Es wird also skaliert, wie wahnsinnig. Dann werden natürlich auch Testprozesse automatisiert und skaliert. Es wird geguckt, ja, der Aufwand ist jetzt rechtfertigt. Ich weiß nicht, zehn Personen Monate in die Entwicklung eines Teststands zu stecken. Das ist immer eine wirtschaftliche Abwägung. Was kostet uns jetzt mehr? Machen wir es per Hand oder machen wir es einfach und das ist halt aufwendig und kostet Zeit? Oder nehmen wir die Zeit und stecken sie in eine Automatisierung? Und die Automatisierung lohnt sich nur, wenn dieser Aufwand, den Sie sparen mit der Automatisierung, wenn sich das wirtschaftlich rechtfertigt. Ist, glaube ich, klar. Sie protokollieren in jedem Fall alle Arten von Durchführung. Dieses Protokoll wird gespeichert. Können Sie als Datei auf Platte machen. Üblicherweise landet das in irgendeiner Testdatenbank. Es gibt dann diesen Vergleich, der berühmte Ist- und Soll-Ergebnisse. Sprich, haben wir, wie ist das Verdict, nennt man das? Wie ist das Urteil dieses Tests? Und da ist normalerweise Pass oder Fail, also durchgegangen oder gescheitert. Dann gibt es noch Inconclusive. Ich kann es nicht genau sagen. Manchmal ist es so. Ist hier eine Exception gekommen und weiß ich nicht, was das jetzt bedeutet. Kann aber auch Error sein. Ist eine Exception gekommen und ich weiß, das ist ein Fehler. Ja, also es kann der Testfall sozusagen abbranzen. Fehler, Inconclusive. Ich kann nicht wirklich sagen, was es ist. Oder, ja, ja, es hat funktioniert oder ist gescheiter. Inconclusive könnte auch sein, ich kriege keine Antwort. Verteiltes Testsystem, ich kriege keine Antwort. Ich weiß ja nicht, ob es funktioniert hat. Okay. Man stellt also Fehlerwirkungen fest. Ja, man stellt die Abweichung von Ist- und Soll-Ergebnissen fest und analysiert das. Und dann, nachdem das in die Entwicklung wieder zurückgespielt wurde, die sozusagen Änderungen am Quelltext vornehmen, machen sie sogenannte, also die, führen sie die fehleraufdeckenden Testfälle, also die, die eben gefailt sind, führen sie wieder aus, auf den Code, der geändert wurde, wo die Fehlerursachen behoben sind. Das ist der sogenannte Fehler-Nachtest. Den müssen sie immer machen. Natürlich, das, was vorher gescheitert ist, wollen sie wissen, geht das denn jetzt? Und das ist ganz wesentlich Fehler-Nachtest, nachdem Änderungen im Code erfolgt sind. Dann gibt es die Phase der Bewertung und des Berichts. Falls es Fehlerwirkungen gibt, müssen sie gucken, ist der Test oder der Code schuld? Habe ich ja eben schon gesagt. Also, habe ich vielleicht einen schlechten Test geschrieben? Wenn der Fehler im Code ist, okay, dann bestimmen sie den Fehler-Schweregrad. Ja, das ist also, sie müssen sagen, wie wichtig ist es, dass wir das fixen? Und wenn sie mal jemals eine Bug-Meldung irgendwo in einen Bug-Tracker zum Beispiel, also ein Werkzeug, wo Fehler erfasst werden, wenn sie mal in einen Bug-Tracker so eine Meldung eingestellt haben, wissen sie, da gibt es eine Priorität. Und zwar normalerweise gegliedert nach, wie schwer ist der Fehler? Also, Anwendung crasht, wäre das Übelste. Oder Produktionsausfall für Kunden oder so. Und da gibt es noch ein Feld, normalerweise Priorität für Beseitigung. Top-Priorität bis hin zu, ist ein Feature, bis hin zu, machen wir nie. Oder wird in Release, Major Release 3 gemacht oder so. Die werden dann normalerweise, laufen dann halt ganz viele Bugs auf und irgendjemand, die laufen schneller auf, als sie gefixt werden können. Und normalerweise werden die zugeordnet zu bestimmten Major und Minor Releases. Also man sagt, okay, ich plane in einem halben Jahr, gibt es Version 3.0 und dafür fixen wir Bug so, 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 die alle. Und das ist sozusagen ein Beseitigungszeitpunkt, also eine Terminierung, wann dieser Bug gefixt wird. Das machen sie natürlich nicht, wenn es ein superkritischer Bug ist, sondern die werden meistens out of line, also die werden irgendwie separat gefixt sehr schnell. Sie geben dann natürlich eine Meldung zurück an die Entwicklung. Hat es geklappt? Hat es nicht geklappt? Nee, wir sind bei Fehlerwirkung. Also sie geben zurück die Meldung, was ist genau passiert, damit die Entwicklung den Fehler fixen kann. Dann an dieser Stelle wird tatsächlich nochmal geprüft, ist das Testende erreicht? Wenn ja, wird das an die Steuerung zurückgegeben, die dann die Aussage trifft, wird gestoppt oder nicht? Und auch eine Einschätzung, ob zusätzlicher Aufwand nötig ist, das kann man an dieser Stelle, wenn man es bewertet, schon tun. Also vielleicht, wenn Sie so und so viele Testcases ausgeführt haben, können Sie sagen, ich glaube, aber es wäre sinnvoll, wenn wir hier nochmal reingucken. Dann wird ein Testbericht erstellt, der ist entweder ein Statusbericht, wenn Sie nochmal weitermachen, oder ein Abschlussbericht, wenn jetzt Testende ist. Gut. Letzte Phase. Entschuldigung, letzte Phase. Oh nein, nein, wir machen erstmal Beispiele für Testende-Kriterien. Also letzte Phase wäre Abschluss. Testende-Kriterien. Ich rede ja immer davon, wann ist der Test zu Ende. Und ich habe auch gesagt, das ist eine wirtschaftliche Abschätzung. Und auch da haben wir wieder Covid-19 eigentlich sehr nett. Was für Metre, also nicht sehr nett, aber wir haben ein schönes Beispiel gerade zu sehen, wie schwierig es ist, geeignete Testende-Kriterien zu finden. Sorry, so muss ich es ausdrücken. Nett ist da gar nichts. Hier beispielsweise haben Sie meine Statistik. Linke Seite. Ich rede über dieses Ding. Gefundene Fehler nach Schweregrad. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, der Fehler wird eingeschätzt. Es ist ein kritischer Fehler. Es ist ein hoher Fehler. Es ist ein starker oder wichtiger Fehler. Und dann kann man das so auftragen. Die Ws, die Sie da auf der horizontalen Achse sehen, die sind Wochen. Also Kalenderwochen. Da haben wir elf Kalenderwochen. Und es wurde einfach getestet und es wurde geguckt, wie viele Fehler sind pro Teststunde, also pro Stunde testen, sind wie viele Fehler dazugekommen. Und da sehen wir eben, das sind immer so zwei bis zweieinhalb Fehler pro Woche. Und die haben verschiedene, also pro Stunde, die pro Stunde dazu kamen, pro Stunde testen. Und die haben verschiedene, also man sagt, ich habe jetzt so und so viele Stunden getestet. Ich habe 80 Fehler gefunden. Dann kannst du rechnen, wie viele Fehler gab es pro Stunde. Und sie wurden unterteilt nach Fehlerschweregrad. Das heißt, Sie sehen zum Beispiel, Kalenderwoche 3 sind unheimlich viele kritische Fehler aufgetreten. Und mit solchen Abwägungen, also wie viele Fehler sind aufgetreten, wie viele treten dann überhaupt neu auf beim Testen. Das sollte über Zeit runtergehen, wenn es das nicht tut, Problem. Und welche Art sind diese Fehler. Also sie sollten zum Beispiel, kritische Bugs sollten möglichst schnell gefixt werden. Während niedrige Bugs, das ist ziemlich Banane. Wenn da mal ein Icon verruckelt ist und in der GUI nicht perfekt sitzt, ja mein Gott. Das wird schon gehen. Aber wenn das Programm gegen die Wand fährt, ist es natürlich kritisch. Und da muss irgendwann mal eine wirtschaftliche Einschätzung kommen. Es ist auch durchaus eine soziale Frage manchmal. Also eine Festlegung geschehen. Wann ist unser Test vorbei? Sie können nicht sagen, wenn ich keine Fehler mehr finde, weil das passiert. So lange Tests gemacht werden, werden Fehler gefunden. Zumindest wenn neue dazukommen und die Software sich ändert. Das heißt, es wäre zum Beispiel sinnvoll zu sagen, naja, neu gefundene Fehler pro Stunde unter 0,5 und keine kritischen. Für eine Woche. Wenn das der Fall ist, sind wir fertig. Das wäre einfach arbitrary, beliebig. Also das ist einfach eine Festlegung, wann wir fertig sind. Und dann wissen wir aber auch, wir haben Fehler drin. Natürlich. Sie haben immer Fehler drin. Jedes Software hat immer Fehler. Sie können auch mit so einem Alpha-Beta-Programm arbeiten. Also nur in einer begrenzten Form von, also macht auch zum Beispiel Facebook, macht das oft oder Webseiten, dass sie, wenn sie ein neues Feature einführen, dass sie das einfach nur 1.000 Benutzern von ihren, weiß ich wie viele Millionen zur Verfügung stellen. Und dann darüber gucken, bei den 1.000 Benutzern, bei wie vielen ist es schief gegangen, können die das benutzen. Die analysieren die dann ganz genau. Und können daraus eben rückschließen, ob sie es ausrollen, also einem größeren Kreis verfügbar machen. So ein Rollout-Szenario. Ja, also irgendwie muss man mal festlegen, wann ist denn hier Schluss. Und beziehungsweise man kann das, wie gesagt, auch gestuft machen. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf der rechten Seite sehen Sie noch so eine Möglichkeit, Testende-Kriterien zu definieren. Zum Beispiel sehen Sie hier, wieder nach Kalenderwochen aufgetragen. Das ist ja immer eine Frage, wir sind ja immer in einer zeitlichen Entwicklung interessiert. Wie viele Fehler habe ich neu gefunden und wie viele sind behoben worden? Das heißt, wie viele sind in Arbeit? Covid-19, wie viele haben sich neu angesteckt? Und wie viele sind jetzt sozusagen raus, also haben die Infektion überwunden? Das heißt, wie viele sind gerade infiziert? Das sind alles Dinge, die können Sie so eins zu eins auf Fehler anwenden. Und da können wir zum Beispiel sagen, wenn wir weniger als fünf Fehler in Arbeit haben pro Woche, gehen wir ins Release. Oder Sie können Kombinationen machen. Ja, fünf Fehler, aber keine kritischen in den letzten drei Wochen. Das sind, wie gesagt, alles Entscheidungen, die irgendwie politisch, sozial, wirtschaftlich, die von irgendjemandem mal getroffen werden müssen, aufgrund verschiedenster Informationen oder Einflüsse. Ja, aber wichtig ist jedenfalls, Sie brauchen Testende-Kriterien, weil Sie werden nicht zum Schluss kommen. Es gibt den Schluss nicht, es sei denn, jemand geht hin und legt fest, das verstehen wir als Schluss. Austesten ist nicht möglich, genauso wenig, wie Sie so lange testen können, bis alle Fehler draußen sind. Wissen Sie nicht und können Sie auch nicht. Also, Sie brauchen ein Testende-Kriterium. Letzte Phase ist dann der Abschluss. Das ist schlichtweg eine Kontrolle erstmal, welche Ergebnisse wir haben, wurden alle geliefert, wurde alles getestet, was wir wollten, ist alles geschehen, was wir mal geplant haben. Und dann wird es so ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, Sie schließen Fehlermeldungen und erstellen Änderungsantforderungen, Change Requests. Also, es ist sozusagen, die Fehlermeldung ist da und dann leitet sich daraus ein Change Requests ab. Für Release 3 möchten wir, dass es folgendermaßen eingebaut wird. Das folgendermaßen, das da und das, also ein reiner Fehlerfix, wenn man weiß, das ist ein reiner Fehler, kann man natürlich direkt übernehmen. Aber oft ist es ja nicht ein Fehler, sondern zum Beispiel Leute sagen, ich hätte es aber lieber, wenn der Button da ist und jemand anderes sagt, ich hätte den Button aber lieber da. Und da muss man sich überlegen, also der Button sitzt an sich falsch, aber wo ist es sinnvoller? Also ein Change Requests ist dann berücksichtigt, solche Sachen. Fehlermeldungen werden, wie gesagt, geschlossen. Das macht keinen Sinn, die alle zu haben, sondern sie werden umgewandelt in Change Requests oder in einem Release zugewiesen oder sowas. Und danach wird dokumentiert und archiviert. Super wichtig. Und daran erkennt man, ob eine Organisation professionell ist. Ist es so, dass Sie die Dinge aufbewahren? Und dazu gehört zum Beispiel Software. Ich weiß nicht, ob Sie mal das Problem hatten, einen Fehler nachzustellen, der in einer, sagen wir mal, Windows XP in Service Pack 3 Patch Level hast du nicht gesehen. Und jetzt hätte ich gerne das mit den Audiotreibern von dem Soundblaster irgendwas in der Version so und so. Und alleine ranzukommen an eine alte Betriebssystemversion, eine alte Treiberversion, um nachzustellen, ob jetzt die Audiosoftware, die man schreibt, darauf irgendeinen spezifischen Fehler hat, weil der Kunde, der den Fehler hat, der ist so wichtig, das müssen wir jetzt nachstellen. Das ist sehr schwierig. Und wenn Sie diese Sachen aufbewahren, sprich Sie haben einmal mit diesem Betriebssystem vor 10 Jahren, haben wir das mal getestet und guckt mal hier, ich habe eine Virtual Machine, da ist das alles drauf. Oder ich habe zumindest hier dokumentiert und die Software beiseite gelegt. Hier hast du eine Install-Version. Das nützt sehr viel. Das heißt, ein Archivieren der Daten vor allen Dingen, was ist passiert, was waren die Ergebnisse, der Testwerkzeuge, die entwickeln sich ja auch weiter. Man möchte bitte genau die Version vom Testwerkzeug haben, damit Sie diese Nachvollziehbarkeit haben. Und der abgeschlossenen Testphasen, alles, was er in Dokumenten hat, packen Sie, archivieren Sie in irgendeiner Form, sodass Sie das auch in 10 Jahren noch benutzen können. Und üblicherweise wird es eine Wartungsorganisation übergeben, wenn Ihre Firma so komplex ist, dass sowas benutzt wird. Aber das heißt, es kann durchaus eine andere Firma sein, die sich um die Wartung kümmert. Beispielsweise, wenn Sie für einen Kunden entwickeln, übergeben Sie das dem Kunden, der das dann einer Wartungsorganisation übergibt. Vielleicht sind Sie das wieder, vielleicht sucht sich der Kunde auch jemand anderen. Dann ist es sinnvoll, sich nochmal anzugucken, was haben wir gemacht und wie ist es gelaufen. Das heißt, man evaluiert, man versucht, Lessons learned rauszukriegen. Hatten wir Fehler? Ist was falsch gelaufen? Ist was gut gelaufen? Wo kann ich etwas verbessern? Und versucht das eben in die nächste Iteration, der nächste Testprozess kommt immer, damit einfließen zu lassen und sich halt kontinuierlich zu verbessern. Das ist das, was Firmen eigentlich beschäftigt. Die haben irgendwann mal Prozesse etabliert und dann werden die immer neu gesteuert. Also es ist einfach so, die Wirtschaft, da ändert sich der Markt, da ändert sich die Umgebung. Es wird digitalisiert, es wird schneller. Und je größer eine Firma ist, desto mehr Schwierigkeiten hat sie da mitzusteuern. Also sich da anzupassen. Kleine Firmen können das schnell, aber auch die werden größer und dann werden sie träge. Und das ist die Idee, ständig zu gucken, wie gut ist das gelaufen, was wir hier machen und wie können wir die Schräubchen nachstellen, um uns besser zu machen. Die muss sozusagen in dem Prozess mit drin sein. Lassen Sie mich Ihnen noch ein bisschen weitere Informationen mit auf den Weg geben. Helmut Balzert hat ja mehrere Bücher geschrieben. Hier das Lehrbuch der Softwaretechnik in Teil 2. Da geht es vor allen Dingen auch um solche Sachen wie die Qualitätssicherung und das Testen. Und hier habe ich Ihnen noch den IEEE Standard 1028 nochmal aufgeschrieben von 2008. Das ist der Standard für Software Reviews and Audits. Und da ist eben mal, was das IEEE darunter versteht, da können Sie sich das mal angucken. Lassen Sie mich noch zusammenfassen. Worum haben wir uns heute gekümmert? Erstmal haben wir gesagt, was sind statische Tests. Statische Tests prüfen die Testobjekte an sich. Es gibt also keine Laufzeiten. Dann haben wir uns über Verifizierung unterhalten. Bauen wir das System richtig? Erinnern Sie sich, das war die vertikalen Abhängigkeiten zwischen diesem Konstruktionslast im V-Modell. Führt die Anforderungsphase zu einem vernünftigen funktionalen Entwurf. Berücksichtige ich alle Anforderungen beispielsweise. Und ist die Umsetzung korrekt? Dann gibt es die Validierung. Das war diese horizontale Geschichte. Bauen wir das richtige System? Sind die Anforderungen für das, was ich jetzt hier habe? Erfüllen die den beabsichtigten Nutzen des Kunden? Dann haben wir uns Code Reviews rausgepickt und haben uns manuelle Dokumentenanalyse angeguckt. Das ist mehr oder weniger aufwendig und kann auch mehr oder weniger formal sein. Es geht darum, diese Befunde zu kriegen. Wir haben uns den Prozess des Code Reviews und die beteiligten Rollen angeguckt. Also Autor, Gutachter, Moderator, Protokollant und Manager, die da mitgespielt haben. Und wie gesagt, ich habe auch gesagt, das können Sie entweder so nach Mittagspause, guckt der Kollege mal rüber, bis zu wir sitzen alle mit acht Personen eine Woche im Konferenzraum spielen. Und wir haben uns auch angeguckt, was es generell für Arten von Reviews gibt. Also von einem Audit über ein Walkthrough bis zu wirklich technisch formalen Reviews. Und am Ende, im zweiten Teil, haben wir uns doch aufwendig den Testprozess, den allgemeinen Testprozess angeguckt, der in eben diese fünf Phasen, diese sechs Phasen, diese fünf Phasen, ich komme mit diesem uns immer durcheinander, gegliedert ist. Also Planung und Steuerung als die umschließende Klammer, Analyse und Entwurf, in dem Sie erstmal diesen Testplan erstellen, Realisierung und Durchführung, wo Sie dann die, sorry, Planung und Steuerung macht den Testplan, Analyse und Entwurf nimmt auf Basis, auf der Testbasis, durch die Testbasis fundiert, werden da sozusagen die abstrakten Testfälle entworfen. Und Realisierung und Durchführung macht konkrete Testfälle und führt die durch, während Bewertung und Bericht sich eben das nimmt und beurteilt in irgendeiner Weise und fixiert. Und der Abschluss kümmert sich dann darum, das alles einzutüten, zu reflektieren und die Sachen zu archivieren. Das war, was wir uns angeguckt haben. Für mich war das ungewohnt, muss ich mal sagen. Es bleibt jetzt noch übrig, dass wir uns auf die Klausur vorbereiten, aber prinzipiell mit den Videos zu fachlichen Inhalten von dieser Veranstaltung ist jetzt erstmal Schluss. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, Sie irgendwann mal im realen Leben zu sehen. Auf Wiedersehen.